Musik Du hast es sehr gut gemacht, also für mich bist du der Ferrari im technischen Bereich in dieser Gruppe Dankeschön In dieser Woche ist es mir so ergangen, dass durch das ganze Gedrehen war man einfach wahnsinnig schlecht Es ist noch nie schlecht, wenn man wollte zu tanken Es hat sich der Raum gedreht, der Badim hat sich gedreht, ich habe mich gedreht Und mir war einfach nur so derartig übel Der Badim nimmt es eher gelassen auf Also ich glaube nicht, dass er mich gerne leiden sieht Ich glaube, also so schlimm ist er bestimmt nicht, nein Ja, ab und zu sehe ich die Petra gerne leiden Gut Bist du okay? Na Bringt nichts, paar 05-Tanzer-Zinn im Wiener Walzer Hier sind Petra Frey und Badim Gabuso Wenn ich nur eine kleine Mädchen war, ich fragte meine Mutter, was ich werde? Will ich be pretty? Will ich be rich? 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 Will When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, will be. Que sera, sera, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Ihr kriegt jedes Mal die Kuschelfiecher. Ja, das sind die Panther. Die Panther. Für die Pantera. Ja, beim Geld hört die Freundschaft auf. Du bist gerade ausgerutscht. Das hat uns nicht Glück gebracht. Naja, aber... Das Geld. Naja, aber es hat trotzdem funktioniert. Du bist ja fast schon Profi, oder? Das ist ja auch Drehwurm, oder? Fast hinfallen macht auch schon immer viel Unterschied. Das ist schlecht eigentlich? Ja. Ich sag, ich... Ich seh die ein bisschen doppelt. Ich hoffe, schließlich nicht. Macht nichts. Ist nicht für Linksschwester. Niemand sagt übrigens so schön schlecht wie Tiroler. Schlecht. Schlecht. Echt schlecht. Echt schlecht. Echt schlecht. Aber sonst eigentlich? Hast du sonst auch ein bisschen empfindlich im Magen? Autofahren und alles? Oder nur beim Wiener Walzer? Also Achterbahnfahren oder so, das ist gar nichts für mich. Und deswegen bin ich da ein bisschen empfindlich. Aber... Der Wadim kennt da nichts. Der Wadim kennt nichts. Was hilft denn dagegen als Profi? Wie kann man sich das dann abtrainieren? Na ja, bei der Petra, das Einzige, was bei ihr funktioniert hat, war hartes Training. Ja. So geht's mir. So geht's dir nämlich. Thomas. Stimmt, man muss noch mehr Wiener Walzer tanzen. Das hilft gegen den Schwindel. Und dieser Wiener Walzer, der war vor allen Dingen Rechts- und Linksfleckerl wirklich fulminant. Ich gratuliere. Ja, dem gibt's eigentlich nicht viel hinzuzufügen, Bollasch. Ehe nicht. Nein, das war schon okay. Den Arm ist ein bisschen runtergehängt. Das hat mich ein bisschen gestört. Sonst habe ich es eh gut gefunden. Danke. Danke. Besser so als was Schlechts. Stimmt. Echt. Echt. Danke, Petra und Wadim. Danke. Ja, Sie haben die Jury gehört, die ist eigentlich ganz begeistert. Der Thomas sehr. Walzer hat den Arm gestört. Sie zu Hause vielleicht gar nichts. Und wenn's so ist, dann bitte anrufen. 090 10, 59, 09 und die 05. Jetzt? Ist ja gut, John. Das geht. Jetzt? Ja! Ja! Mit unserem Ukrainer schon auf den Weg, so uns die Puzzlerei da unterwegs. Das ist unglaublich. Das verzögert. 20. Kommt's jetzt! Aber rasch! Jetzt da! Na? Eigentlich nix negatives, außer dass da der Arm runterhängt. Ja, und dass da Geldschein im Weg war. Ja, da macht mir auch keine Sorgen. Gott sei Dank hängt er runter, wenn er da an den die Häschen da, da macht ihm eine Sorgen. Ja. Jetzt, wie kriegen wir jetzt den Bogen vom Walzer zum Bogen? Du bist ja ein Mitglied in einem Bogenschützenverein. Ja, und jetzt komme ich endlich dazu, weil eigentlich, hätte ich mir vorgenommen, im März, dass ich einmal auf einem ersten Turnier mitmache. Und dann ist Dancing Star dazwischen gekommen. Und jetzt will ich einmal alle meine lieben Freunde aus meinem Bogenschützenverein grüßen. Allerspätestens im Mai komme ich wieder, und dann wird er wieder geschossen. Also alle, die jetzt noch leben, ne? Was macht man bei einem Bogenschützenverein? Bogenschießen! Schön in der Natur, schön auf Strohscheiben. Und es geht ja nicht ums Schießen, es geht ja ums Loslassen, Nichtsdenken. Und eigentlich um den perfekten Moment, wo man nichts denkt und die Sehne sich von selbst löst. Ich hoffe, mein Trainer sagt jetzt, dass ich das so richtig gesagt habe. Du solltest dich auch beim Bundesheer anmelden. Wieso? Du hat sich beim österreichischen Bundesheer schießt mit Pfeil und Bogen. Sie hat einige Eigenschaften von einer Soldatin. Das ist wieder... Da haben sie aber ziemlich... Weil sonst ist ja ein Bogen, ein Bogen, nicht so ein Mörderwaffe. In Kenia, wo ich zu Hause bin, mache ich schon ein Bogen, weil sie nichts anderes haben. Weil sonst ist das ja eine Waffe. Also ein Banküberfall mit Pfeil und Bogen. Es geht nicht um die Waffe, um das Schießen. Es geht wirklich darum, dass man einen Brau abschalten kann und loslassen kann. Aber da geht es ja in den Wald und schießen... Da gibt es ja einen eigenen Schützenplatz im Wald. Den haben wir, ganz ein toller, schöner Platz. Da trifft man sich. Da trifft man sich. In den Oberschenkel, in die Schulter. Nein, vorzugsweise die Strohscheibe. Bist du wirklich schon gut? Triffst du da schon sehr genau? Auf wie viel Meter triffst du da schon? Also bis jetzt, bevor Densingstaus gekommen ist, waren es 30 Meter. Die 50 muss ich nur auch klimmern. Könntest du schon einen Apfel vom Kopf schießen? Nein. Nein, wer meldet sich natürlich. Meine gute Nervenausch. Nein, drei Versuche. Wir nehmen mal. Hannes Neppal. Drei Versuche hast. Aber macht dem Apfel nichts. Du könntest eigentlich bei den Karl-Mai-Festspielen mitmachen als Indianerin. Ja, dürt' ich gerne mal. Ich krieg aber gerade Rauchzeichen von der Jury. Es gibt schon Punkte. Schauen wir mal, wie viele Punkte unsere Juroren im Köcher haben. Ja, Thomas legt vor. Der war begeistert. Was sagen die Punkte? Acht Punkte. Bollasch. Ich häng mich dran mit sieben. Nicole. Ich häng mich drauf mit neun. Und Hannes. Sechs. 30 Punkte für Petron Badin. 30 Punkte. Super. Wie letztes Mal. Ja, super. Genau, wie letztes Mal. Da kann man nichts sagen, oder? Da kann man nichts sagen. Nichts, ja nicht. Vielen Dank.